Freust du dich schon auf Formel 1? Aber sowas von, Mann. Sowas von, Fortnite, da bist du richtig Bock drauf. Wann ist Raider? Mir fehlt halt alles. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Ich hab erst mal ein Stück Zucker gegönnen. Fuck. Jetzt hab ich irgendwo mein Magazin verloren. Ah, okay, ist egal. Wir gehen jetzt. Ist egal, wir gehen jetzt. Das Ding hat auch einen Keller. Oh, ähm. Oh! Oh! Schreck, du Sau! Das war's nicht du, oder? Doch, das war ich. Sag doch, dass du... Alter, das hat... Mir pfeift das Ohr ein bisschen. Sag doch, dass du da langkommst. Mir pfeift das Ohr, Alter. Ich hab grad Tinnitus. Du Schweine. Wie er mir voll an Reiner wird. Mann! Ah! Ah! Klopf, klopf, Witze sind schon echt nicht mehr lustig, oder? Gönn dir und den Schmusekatzen mal ne digge Bogger. Grüße aus der Nachbarstadt lächelndes Gesicht mit Sonnenbrille, Daumen hoch, helle Hautfarbe. Was? Was? Was war das schon wieder für ne Scheiße? Stefan. Stefan, ich will dich jetzt nicht enttäuschen, aber ich müsste kurz mir noch was zu trinken holen. Ist das okay für dich? Ist das im Rahmen der Möglichkeiten? Ja, das ist total super. Weil ich hab nämlich so einen richtig trockenen Mund jetzt mittlerweile. Also wirklich, ich rede ja wie ein Wasserfall. Okay, bis gleich. Ja, bis gleich. Chat, passt auf, was er sagt, ja? Ja, ich bin selber gemutet, aber ich entmute mich jetzt, dass ihr auch wieder Stefan hören könnt, falls irgendwas ist, ja? Geh doch jetzt. Schrei mich nicht an, ich bin sensibel. Desi hat den Mund trocken. 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 So, jetzt wisst ihr auch da drüben Bescheid. Den Piepern abzuwürgen, die Hose anzuziehen, den Reißverschluss zuzumachen. Kieferbraun, cremig, lang. Ich möchte nichts über deinen Penis wissen. Und wo auch immer du den reingetankt hast, Nutella ist nicht das Richtige. Herr Lentes, könnt ihr euch nicht mal an unser Gespräch von gestern erinnern? Oh, du redest von dem Stuhl, Entschuldigung. So ist es. Meiner war sehr dünn, cremig und relativ kurz. Ich bin falsch gefahren. Richtig. Dann drück ich mal rein in die EFT, Olga. Na, dann drück mal rein in die EFT, Olga. Ich auch heute. Ich werd wieder richtig schön reindrücken in die Olga. Gott, wenn Two Flowers hier wär, der kann das bestimmt schon nicht mehr sehen. Na, mal so gefragt jetzt, ne? Wer kriegt schon das Kotzen, wenn wir nur von EFT reden? Hebe er die Hand. Alter! Da ist der erste. Huap! Okay, das war vielleicht keine gute Idee. Was ist denn hier? und dann kommt es erst mal irgendwo ins internet und lädst deinen ganzen müll erstmal ab oder guckst den streamer nicht mehr weil er irgendwas gesagt hat was dir nicht gefällt so wenn ich jetzt sagen würde scheiße diese ganze anime kacke ist bestimmt einer da draußen der sich wieder auf den schlips getreten fühlt und anfängt zu weinen so ich bin da ok los meine fresse siehst du wegen dir sterben wir immer wegen dir weil du nicht weißt wo viel lang laufen müssen was bist du für ein captain ich unterstütze keine kommune diese biologischen sexuell abhängigen hippies kriegen keinen strom mehr es ist vorbei es ist vorbei hippies schluss jetzt i made my choice wie kannst du sowas unterstützen was bist du denn für ein der ganze spring ins universum geht jetzt gehe ich erst mal raus und fahr mit meinem escalate einkaufen und dann rauche ich erstmal noch das starke polnische zigaretten und dann stopfe ich mir auch noch richtig beschissene kackzigaretten wenn die alle sind und sauf aus plastikflaschen aber dir erzähle ich jetzt erstmal was über das klima weil du ein pisser bist und ich anonyme im internet so kurze zusammenfassung von samstag sonntag jetzt vielleicht auch muten du penner hey entschuldigung man nur weil du einmal in deinem leben den kill machst anscheinend heißt es nicht dass die hier aus ich höre nix als wäre der zog vor der ganzen bahn pügel ruhe gleich ist hier achte mal halt dein schnauze jetzt ey ja meister um das geht es nicht es geht um meine siedlung dir gegenüber meine stellung gegen was denn für eine stellung machen wir jetzt hier schon doggie style oder missionarstellung sagt dass ich einen anruf bekommen habe dass sie anscheinend in laden überfallen wird oder dass hier mehrere leute vor dem das ist aber nicht konkret genug officer ok ein laden überfallen wird ist anscheinend nicht die richtige information weil da anscheinend zwei fahrzeuge stehen die anscheinend ihre arbeit machen und anscheinend den laden über fall ist keine anscheinende beobachtung was soll das denn ich bin heute nicht in stimmung okay hier wisch dir mal die tränen ab james du siehst ja lächerlich aus vom schiefmann macht ihr mal ein bisschen gerade jetzt reißen sie zusammen jetzt hier ja gut fantastisch also ja